Kein Geist. Kein, ja gut, das ist mir egal, ich glaube, egal. Wenn er dir im verhüllten Zustand nachrennt, zählt das nicht. Ja, das meine ich damit. Good day. Hallo. Entschuldigung? Was ist das Gefühl? Scheiße, ich hab uns getötet, es ist Ghostface, es tut mir leid. Super. Es tut mir so leid. Oh Gott, ich hör seinen wehenden Mantel. Ich verhofft daran, dass er bei mir ist. Es tut mir so leid. Du bist schon ein Blutkiller für die Mantel. Er kommt zurück, Fanny. Ja. Habe mich nicht. Nummer 1? Nicht gut. Inke, weg! Verpiss dich! Nein! Guck! Nein! Er wollte den Jen... Oh mein Gott, hier ist der Keller. Wow! Ich bin weg hier. See you later when I get... War das der Jen? War das der Jen? Ja. Keine Ahnung? Ich habe Paranoia, Paranoia-Ads. Guckst du hinter dich? Ich gucke hinter mir. Ist mich okay? Ja, ich gucke hinter mir. Jetzt habe ich mich aber gerade leichter schlecht. Nein, 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 nein. Der ist hier bei uns. Alles gut, alles gut. Ist er jetzt hier. Nein! Nein! Scheiße! Ich muss was davon auf 99! Oh, guck mal, mein Jen ist gespürt, der ist fertig. Der hat... 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 Das kann sein. Thrilling Travers. Er kommt in eure Richtung, weil ich gesehen habe. Ja. Ich versuche in Bogen Früde zu kommen, weil ich mich ja abhängig... Das ist ja... Die wird ja schon direkt sehen. Ja, Mario ist niemand. Hallo Leon. Business Leon. Hallo Leon. Hallo Leon. Hallo Leon Leon. Ich bin eh One-Shot, also wen juckt es? Ich bin so... Oh! Ein Business leeren... Ist... Gemackert. Wo war denn jetzt der Jen? Ich hab die Tolle auch in ihren Tee rum verloren. Mhm. Ah, hier ist einer. Nein, ich wollte den Jen nicht machen. Ich verspreche es dir groß. Ich hab dich nur angeguckt. Ja gut. Ja gut. Alter ja, noch mehr Raben, dann konntest du nicht aufscheuchen, ne? Oh mein Gott, ich werd so down gehen. Das ist wichtig. Ich... Ich hab Schnellheilung. Oh Mann. Immer noch... Ja. Summer. Weh Schiff von... Ja, ich... Na. So. Alles gut. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wie der Hit jetzt drauf war, das... Das möchte ich gerne hinterfragen. Ich war vom Fenster weg. Ich sagte doch, ein Fenster hat drei Hit-Roppen. Und er wird jetzt zu mir kommen, weil er weiß, dass der Jen hier hin viel gemacht hat. Oh. Oh Gott. Was? Nix. Äh, er war nur Pralete mir. Er hat mich nicht gesehen. Hallo. Hi. Oh. Ich bin... Dings... Er hat... Ist das auch sein Perk? Das wollen wir mal an... Abhängt, dass man die Obsession macht? Ja. Das ist auch seins. Dann abdeckt. Vielleicht. Sieht sonst noch auf. Okay. Wait. Warum setze ich mich nicht da dran? Vielleicht weil er gerade kommt. Spottieren. Hallo. Na, ignoriert uns. Findest du. Ich auch. Ja. Nur so für den Notfall. Da ist der Notfall! Ja. Da ist der Notfall. Ja. Alles klar. Du möchtest drücken. Okay. Eiii. Karimba. Ich geh dann mal zurück zu dem Jen. Ich geh dann mal zurück zu dem Jen. Eiii. Was war ich denn drüber? Ich will dir nichts sagen, aber wir sind auf der Map mit den meisten Fenstern und ich bin bisher nur einmal übers Fenster gehofft. Ja, dann. Das ist belastend. Let's go. Los, es tut mir leid. Er geht zum Hauptsturm. Ich bin bei einem Ausgang. Ja, ihr seid alle drei da. Und bei einer separiert sich jetzt. Ja, super. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, das bin ich. Okay, einer macht den Ausgang, ja. Das ist Prina. Ne, ihr kommt gerade zwei sogar tatsächlich. Ich hab ein Problem. Ich kann den aus gar nicht machen. Hast du A drin? Nein. 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 Nob, nob. Ich werde down gehen und sterben, aber das macht nichts. Aber wenn Lian smart, kommt er jetzt zum Haaren. Lian ist nicht smart. Okay. Der dreht einfach wieder rum. Oh, Nikaela hat ein neues Tattoo. Oh. Ich mach die blauen Haare irgendwie. Na, na, na. Ich hänge. Ganz weit weg. Er geht zurück zu meinem Ausgang. Ich drehe mal Richtung Brina. Ja, ich bin auch auf dem Weg, weil ich muss ja noch abhängen. Achso. Ah gut, dann geh ich jetzt mal an ein Tor. Hm. Weil es wäre vielleicht mal ganz klar, dass der auf die Ausgänge zu öffnet. Oh, alles optional. Gussi kommt zurück, Gussi kommt zurück, pass auf. Jo, let's go. Äh, Stock. Er steht und stockt. Ich hab keine Ahnung, wo die Ausgänge sind. Er ist nach mir. Ich bin tot. Na, weißt du was? Du hättest... Ich hätt's nicht geschafft. Ich hätt's nicht geschafft. Ich war verletzt. Er war genau hinter mir. Oh. Ach. Moin. Moin. Aber somit hab ich wenigstens geschafft, dass die rauskommt. Also alles gut. Jetzt schmeiß ich extra Leary's und ich hab's nur einmal durchs Fenster. Ach Gott. Ähm. Das ging mir aber voll in die Hose. Hm. G� Lind. итан Ach. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020